John Cleland war ein englischer Schriftsteller und ist hauptsächlich als Autor des erotischen Romans Phinney Hill bekannt. Kindheit Cleland war das erste Kind von William Cleland, einem schottischen Armeeoffizier, und dessen Frau Lucy Dupas. Werdegang John Cleland führte ein wechselhaftes Leben, so besuchte er die Westminster School nur für zwei Jahre. Von 1728 bis 1740 stand er im Dienst der Ostindien-Kompanie in Bombay, zunächst als Soldat, später als Verwaltungsangestellter. Es ist wahrscheinlich, dass sein bekanntestes Werk Phinney Hill teilweise schon zu dieser Zeit entstand. Im August 1741 kehrte John Cleland aus familiären Gründen nach London zurück, wo sein Vater kurz darauf am 21. September verstarb. Es folgte ein finanzieller Abstieg. Aufgrund hoher Schulden wurde John Cleland am 23. Februar 1748 in das Londoner Newgate-Gefängnis gebracht. Um wieder aus der Haft entlassen zu werden, nahm er das geringe Angebot des Verlegers Ralph Griffiths an, der versprach, Cleland für einen erotischen Roman, 20 Genie zu zahlen, Phinney Hill. Cleland vollendete im Gefängnis seinen erotischen Roman Phinney Hill, Memoirs of Her Woman of Pleasure. Teil 1 erschien am 21. November 1748, Teil 2 Uhr nachts 14. Februar 1749, so dass Cleland das Gefängnis am 6. März 1749 tatsächlich verlassen konnte. Wegen der Veröffentlichung von Phinney Hill musste er aber erneut vor Gericht erscheinen, wurde jedoch nicht verurteilt, sondern nur verwarnt und erhielt sogar, weil er seine finanzielle Notlage als Veröffentlichungsgrund glaubhaft machen konnte. Eine Pension von 100 Pfund von Lord Grenville, Spätwerk. John Cleland veröffentlichte später noch mehrere Werke wie Memoirs of Her Cox, Compton, The Surprises of Love und The Woman of Honor, die zwar von seinen literarischen Zeitgenossen wie James Boswell, David Garrick und Tobias George Smollett anerkannt wurden, jedoch der Nachwelt nicht so im Gedächtnis blieben wie Phinney Hill, das später auch noch in den USA verboten wurde. Auch durch die Veröffentlichung von Abhandlungen und Traktaten sowie erfolglosen Schauspielen und durch seine journalistische Arbeit konnte er keine weitere Bekanntheit erlangen.